Hallihallöchen Willkommen zurück bei Starfield. So, wir verlassen mal unser Schiffchen. Achso, Anomalie. Scanner vor Ort. Scanner. Die ist echt nicht mitgekommen, ne? Warum ist sie ihnen jetzt nicht mitgekommen? Hab ich irgendwie einen falschen Befehl eingegeben? Nickel hinzugefliegt, sehr gut. Anomalie wird es gescannt. Plutonium? Urahn? Achso, ne. Sehen wir ja gar nicht. Nurahn und Blei? Irgendwas hab ich falsch gemacht, ey. Die folgt mir nämlich nicht. Hab ich dir denn gesagt, die soll da warten? Hm. Die ruhen wir uns nachher ab. Das ist gar kein Thema. Ja, wirbt die Kraft. Ja, das werden wir machen. Da ist der Tempel. Tempel T-hahaha. Kein direkter Durchgang, ne? Den gibt es nicht. Aber wahrscheinlich brauchen wir die Kräfte nachher. Jo, für irgendwas brauchen wir die Kräfte bestimmt. Dann haben wir die Kräfte nachher bei der Kräfte. Ja, das ist gar nicht. Es ist gar nicht. Aber die Kräfte nachher kann es nicht verpasst. Ich kann es nicht verpasst. So, das ist der nächste Punkt. Hab ich ihn jetzt erwischt? Ja, aber. Aber ich hänge in dem Lüge fest. Shit. Und das Ding jetzt überhaupt schneller? Ich weiß es gar nicht. Ich werde auf jeden Fall tauber. Das weiß ich. Los, gib mir die Kraft. Denn die Kraft bringt den Saft. Ta-da-da. Das ist auch immer ganz gut. Wir haben hier erhalten eine Sense. So, jetzt würde ich aber gerne mal gucken, was der Skill bringt. Ja. So, was haben wir denn jetzt gekriegt? Erzeugt in einem begrenzten Bereich im Fall von niedrigen Schwerkraft. Haben wir ja schon Gravitationssprinten. Gravitationssetzt, ein Stoß an Schwerkraft frei. Verändert die Zeitgefüge. Das hat man auch schon. Leben spüren. Und was ist das? Sonneneruption. Nutze die Kraft der Sonne und entfesseln die gelegenen Energiekugel aus glühenden heißen Plasma. Oh, warte mal. Das möchte ich ja mal gerne mal eben ausprobieren. Okay, das ist nice. Das ist wirklich... Huh. Das ist wirklich nice. Ähm. Favoriten sind B. Dann hätte ich gerne die 8 darauf. So, die 8 ist Sonneneruption. Gravitations, Antigravitations. Was ist das? Das ist eigene Atmosphäre. Aktiv. Eigene Atmosphäre war jetzt Leben spüren. Mhm. Eigene Atmosphäre ist die 5. Aha. Die 5. Die 5. Ja, ja. Er hat einen Kraftsprung. Äh. Hab ich mich jetzt verletzt, oder was? Hab ich mich jetzt verletzt? Das ist unbekannt. Ja, soll mal ins unbekannte Gebiet? Ab ins unbekannte Gebiet, oder? Ja, mach'n wir einfach mal. Begib dich nach Freier. Mhm. Von 21 LG. Weil er scheinlich der, der Strom-LG. Platin hinzugefügt. Okay, das ist geil. Die Vivium, damit haben wir die ganzen Ressourcen ja eigentlich weggescannt. Aber der Planet ist noch nicht... Oh, was ist denn das? Aber der Planet ist noch, äh, komplett unbekannt. Uah. Ist noch unbekannt alles? Es ist mir völlig unbekannt. Achso. Ja, das wollte ich eigentlich weniger. Es geht abbrechen. So. So, damit haben wir das Gravitationsgedönse auch, äh, 100% gescannt. Ja. Und sogar noch etwas entdeckt. Gibt zwar noch 20 EP, aber hey. Oh, wir haben kein Licht hier. Ne, Moment. So. Und dann. Oh. Da ist schon ein paar an, Mann. Unbekannt, unbekannt, unbekannt. Das ist alles so weit weg. Aber das Sarah mir jetzt nicht mehr folgt, das finde ich gerade so ein bisschen traurig. Das war das. SVP nicht. Ich bin, Mann. Oh, ich sitze. Können Sie wissen, Mann. Aber ich bin immer noch auf. So. Ich habe mich schon gerade ein bisschen erschrocken. Das muss ich mal sagen. Das ist eh das geilste, um irgendwas zu erkunden. Das ist eh das geilste meiner Meinung nach. Das ist eh das geilste, um irgendwas zu erkunden. Die Bezahlung ist erste Sahne. Das glaube ich gerne. Oh, ja, ja, gut. Wir sollten hier vielleicht jetzt nicht so was diebstahlisieren. Das wäre jetzt alles Diebstahl, ne? Äh, ne, sollte man nicht machen. Die Arbeiter haben mir die Regale fast leer geräumt. Also keine Garantie, dass du was findest. Was gibt's denn hier sonst noch zu analysieren? Und das war jetzt hier Pipeline an der Station, okay. Hoppala. Das sieht irgendwie nach so einem Grafgedönse aus. Au, ah, ich habe, oh, Knochenbruch. Ich habe einen Knochenbruch erlitten. Aua, aua, aua. Okay, wir haben einen neuen Ort entdeckt, wo ich immer die Knochen weggebrochen habe hier. Auch immer sehr gut. Okay, das Zeug hier abzubauen, das ist echt, äh, naja. Warte mal, ähm, nicht Inventar, sondern hier. Achso, Quatsch, hier. Äh, Status. Prognose schlecht. Wir haben einen Knochenbruch. Ähm, Eingehender Schaden ist erhöht. Ähm, hm, 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 hm. Haben wir denn irgendwas, womit wir Inventar, ähm, unseren Bruch irgendwie... Haltinfektion, ne, das haben wir ja nicht. Tragekapazität, regenerieren, sechs Gesundheit, das können wir mal essen. Ist ja nie verkehrt. Ähm... Gesundheit können wir ja immer regenerieren, das ist ja nicht das... Ah ja, guck mal, hier. Kriegen wir sogar Nahkampfschaden. Ähm, hm, 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 hm. Ah, hier, guck mal, Halsprellungen aus den Knochenbrüchen, Schaden... Ah, okay. Zack. So, ist unser Knochenbruch auch direkt wieder geheilt. Super. Kriegen wir alles hin. Das ist die Pipeline Station, da war das Gravitationsmerkmalsgedünse. Äh, ja. Sonst war hier nichts mehr? Hier war doch noch irgendwas. Da kommen wir mal eine Schnellreise dahin. Sehr gut. Und dann soll man vielleicht mal eben eine Schnellreise zu... 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 Ich will die Kräfte haben. Ach! Jetzt ist ja diesen Fan wieder da. Der war doch vorher nicht da, oder? Es ist extrem unhöflich vom Universum, dich nicht überall mit einem Feuerwerk zu begrüßen. Zu einem Star wie dich wäre das doch das Mindeste. Wir hauen lieber ab. Wir reisen jetzt lieber zu Alpha Centauri. Ganz schnell vor allen Dingen. Die Loge. Wir gehen... wir gehen zu der... die... zu... die Loge. Zu der Loge. Zu der... der... das... du... das. Und dann gucken wir mal, was die Sarah macht. Wir haben auf jeden Fall gerade ein Sternblut, äh, gekillt. Aber er hat's ja auch nicht anders gewollt, ne? Warum? Er hat's nicht anders gewollt. Ich... Was ist denn mit der Sarah los? Warum folgt ihr uns nicht? Braucht die Zeit für sich, oder? Was... was... was ist denn da kaputt? Haben Sie heute neue Anweisungen für mich? Komm ruhig zu mir, falls du was brauchst. Hm... was gibt's denn? Hm... was gibt's denn? Ich liebe dich. Ich bin direkt hinter dir. Aha. Okay. Mhm. 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 Schließlich warst du... Okay. Ähm... Sei vorsichtig, okay? Die wartet jetzt aber da nicht, oder? So. Mhm. 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 Okay. Na du? Schön dich zu sehen. Ich hab mich noch nie... Okay. Gut. Gib ein... Schließlich warst du... Ich hab verlassen. Warum gehst du denn schon? Uah. Wir müssen los, Sarah. Okay. So. Ach, das war doch gar nicht Quest. Mann, 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 Mann. Die will ich auch noch nicht. Ich mach, sprich mit... Erstkontakt. Er wirbt die... Er wirbt die Kraft von... Sprich mit Wladimir, um ein Tempel zu finden. Das machen wir auch noch. Das machen wir auch noch. So. Aber... Das machen wir später. Ich sag mal, ciao mit V. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.